ja was geht und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem youtube cover wir haben wieder extrem viele weekend league tot bundesliga tot rewards geöffnet rang 6 bis rang 1 war alles dabei es gab richtig geile karten viel spaß mit dem video wenn ich schon hier seid leute lasst gerne mal support da ein like da und ein kommentar für den album denn das tut euch nicht weh also das einfach mal liebe da schaffen wir sagen 1500 likes das geht wenn jeder auf den like button drückt und schon sagen viel spaß mit dem video haut rein geht wir haben die renk und reward so jetzt kommen die red pigs elf sieg ist eh besser ja nur bei mir nicht aber ich kenne die ganzen stats nicht daher ist jetzt für mich ein bisschen ihr kennt vielleicht schon die stats auswendig kennt schon alle die ist oha oha ist das gut ist gut oder la croix wer ist denn ein kabel verdient so 91 99 pfüllkrug oder ja das ist füllkrug so 99 ausdauer hoffmann oder so leck mich doch am zucker liegt 78 füßes 87 kopfball 92 dribbling agility 95 oha ihr kennt die ganzen englischen wörter nicht deswegen fragt ihr mal ob das auf englisch ist usa nee ist da nie gut 44 l oder wl sagt ja alle kommt der muss jetzt gut sein ach so ah wen soll ich nehmen julian das war das war jetzt nicht so gut oder la croix schon wieder la croix okay hey einfach wie eben dass der eins zu eins der gleiche pick schon wieder kubel schon wieder das ist eins zu eins der gleiche pick eben genau das gleiche chat jetzt fehlt noch hoffmann was ey was ist das denn wer war eben der letzte chat wer war eben noch mal der letzte jetzt fehlt noch was haben wir haben oder kommen irgendeinen brand oder stotter weg Das kann noch nicht sein. Was ist das denn? Okay. Das sieht schon mal... Warte, das sieht gut aus, Chat. Jetzt kommt, glaube ich, ein Banger. Komm, 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 komm. Oh mein Gott! Wow! Oh! Was? Manee! Ist das... Oh, 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 okay. Das, das? Das ist gut, Chat. Fülle. Die Stats kenne ich, glaube ich... Oh doch, das ist dieser Hoffmann. Nee, guck mal, da... Premier League, viel besser, Leute. Da hat man nicht so einen scheiß Müll gezogen. Also, von den Rewards her. Klar, Manee ist gut. Aber... Und San... Oh! Sané und Mané in einem Pick. Ist das nicht gut? Also, ist das nicht irgendwie... Passt doch. 3er Bundesliga, Totspack, tradable. Mal gucken, was rauskommt, Chat. Mit... Schweiz? Goalkeeper? Oh. Ach. Das ist nicht euer... Oh, Frimpong ist auch noch drin. Frimpong und Sané, wie viel kosten die? Wow, warte mal. Ja, okay, so 300k Chat, oder? Jetzt, es geht los. Rank 1 fängt an mit Kobel. Stark. Lasst mich raten, da ist Hoffmann drin. Und Füllkrug. Das ist, meine Damen und Herren, Brücken. 99 Sprungkraft. 99 Kofferpräzision. Hä? 94 Dribbling? Wer ist denn das? Oh, Kolomoani. 99 Ausdauer. Aha. Ja. Hier sieht gut aus. 98 Pass. Stopp. Wir haben hier, glaube ich, was sehr Gutes. Das ist... Wildskraft ist alles. Wildskraft. Das ist... Oh, Sané. Ja, Sané, ganz klare Sache, oder? Nehmen wir Kimmisch mit. Ist schon mal ein W. Da kommt jetzt so ein Musiala raus. Hold up. Wait a minute. Tschüss. Go. Was? Das glaube ich nicht, Chat. Nein, das kann nicht sein. Also wirklich, das kann einfach nicht sein. Es kann einfach nicht sein. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Das stimmt irgendwas nicht. Ey, das ist so verrückt, ne? No way, dass das gerade passiert ist. Ich höre diese... Ey, ich fasse es nicht. Ich fasse es einfach nicht. Vielleicht gönnt das wenigstens ein bisschen, aber... Oh, Nominee. Warte, das kann gut sein. Goretzka. Goretzka Nominee. Ja. Ja. Der ist sehr gut. Geil, 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 geil. Goretzka Nominee in den Chat. Das ist ein W. W ist in den Chat. Einen Leute interessiert mich jetzt. 80. 60. 96. Elif. 93. 94. 84. 74. 90. Ne, das ist auch Müll. Auch Müll. Sunny. Chat, genau das sind die Pics, die ich nicht haben wollte. Was soll ich jetzt nehmen von diesem ganzen Müll? Wer ist weh? Niemand. Ich kann nur Rating mitnehmen. Ja. Natürlich. Viel Krug. No, God. No, God. Please, no. 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 Nooo. Was ist das denn? Oh, Davis. Ey, ich hab doch noch gesagt, Davis wäre... Davis wäre der Beste. Vielleicht kommt da noch ein Bänger. Schlagsahne. Davis, Chat. Das ist ein W. Komm, wir haben Davis gezogen. Davis ist ein... Nice. Meine Rewards waren trotzdem besser. Hat danach aber grad jemand gefragt? So, 3, 2, 1. Öffnest du jetzt die E-Fix? Ja. Komm. Irgendwas, wo ich dick plus mache, bitte. ZDM! Vielen Dank für Sie, Aficion. Ich bin bei Sie. Z tudo. 400k plus, Chat. 400k plus. Nämlich... Tradable. 96er Rating. Und es ist noch... Brand und Schlotterbeck. Also wirklich, es war ein Wehsteam von Anfang bis Ende. Danke für alle, die am Start waren. Es gibt manche, die waren von Anfang bis Ende da. Haben mit mir durchgezogen. Deswegen seht ihr auch die Besten. Haut rein. Bis morgen.